Wer hätte es gedacht, gerade einmal ein halbes Jahr, nachdem wir euch den Cybertruck exklusiv in den USA im ersten großen Alltagstest zeigen konnten, steht er hier in München für euch zugänglich. Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jönhaus und willkommen zu einem neuen ersten Eindruck des Tesla Cybertruck. Mittlerweile nicht mehr einer der allerersten 500, nein, der hier hat eine Fahrgestellnummer von 1600, also Tesla hätte in der Zeit schon ein bisschen was lernen sollen an der Produktionsqualität. Und ich habe überlegt, was mache ich hier in München, wenn das Fahrzeug da steht und Tesla einlädt, dass ich es euch nochmal zeigen kann. Zum einen, ich frage mal Tesla-Besitzer, was sie von dem Fahrzeug nach einer gewissen Testphase halten und ich zeige es euch hier nochmal im Detail. Und wenn ihr das Auto selbst erleben wollt, dann kommt entweder die Woche nach München oder nächste Woche nach Österreich, denn in Flachau findet das Tesla Europe Takeover statt. Und da könnt ihr euch das Fahrzeug innen und außen ausführlich anschauen. Wir sind auch dort, reden ein bisschen über unsere Eindrücke damals in den USA, zwei Tage mit diesem Fahrzeug und hier im Video schauen wir uns noch ein paar Details an. Da ist ja also der Cybertruck mitten in Deutschland. Für mich noch undenkbar vor einem halben Jahr und schon steht er hier und jeder kann ihn ansehen. Und das Auto ist spürbar besser geworden. Denn während wir damals noch leichte Verarbeitungsprobleme an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Versatz hatten, ist das jetzt gar nicht mehr so. Die Heckleuchte sitzt perfekt, ist eine gerade Linie und auch insgesamt merkt man, Tesla hat die Hausaufgaben gemacht und wollte dieses Auto einfach noch einmal besser auf den Markt bringen. Und das haben sie dann eben auch hier nach Europa gebracht mit all den kleinen Raffinessen, denn es ist ja im Endeffekt ein großes Plastikfahrzeug mit einer Edelstahlhaupe, so kann man es quasi nennen. Im Bett, der Ladefläche des Pickup-Trucks hat sich auch die Materialqualität ein bisschen verbessert und gerade dieser untere Kofferraum fühlt sich nicht mehr ganz so günstig an, wie noch zu beginnen. Ich weiß nicht, ob Tesla hier direkt die Materialien geändert hat, aber es ist etwas hochwertiger. Kann natürlich auch daran liegen, dass das Auto noch neuer ist. Wenn ihr bei eurem Tesla oder auch bei anderen E-Autos nicht wollt, dass eure Ladefläche oder eher gesagt euer Kofferraum zerkratzt wird, dann schaut gerne mal unterhalb des Videos bei Shop4Tesla vorbei. Denn dort gibt es aktuell ab einem Einkaufswert von 150 Euro 15 Euro zusätzlichen Rabatt zu den eh schon 5%, die ihr mit dem Code JÖNAS unterhalb des Videos dauerhaft sparen könnt. Da gibt es fair in Deutschland hergestellte Kofferraum- oder auch Fußraummatten und die haben auch aktuell wieder viele coole und spannende Produkte in ihr Portfolio aufgenommen. Also schaut da gerne mal unterhalb des Videos vorbei. Ich habe dann in München tatsächlich aber auch noch was Neues gelernt, denn bei der Lightshow des Cybertruck zeigt sich, dass sowohl die Heckleuchte als auch die Frontleuchte dynamisch bewegt werden können und es nicht nur ein stumpfer LED-Balken ist. Nein, der kann variabel angesteuert werden und das haben dann alle bewundert und ich fand das tatsächlich recht cool. Das zeigt, dass sich da vielleicht auch in Zukunft noch was tut. Jetzt schauen wir uns ein paar Details an, denn es ist mir einfach wichtig, euch zu zeigen, wie das Auto aktuell dasteht und das steht richtig gut da. Klar, es gibt kaum was Vergleichbares und Themen wie, dass der Frunk von einer sehr, sehr schnittigen Kante abgeschirmt wird, um es mal so darzustellen, ist natürlich alleinstehend und brauchen wir nicht diskutieren, dass das schwierig wird für Deutschland zuzulassen. Ich habe vor Ort mit vielen von euch gequatscht und ich habe immer wieder betont, ich denke nicht, dass das Auto so hier zugelassen werden kann mit den hochstehenden scharfen Kanten. Da wird sich noch was tun müssen, aber man sieht, die Passgenauigkeit ist höher geworden und versteht mich nicht falsch, das war in den USA nicht schlecht. Man konnte aber an der einen oder anderen Stelle sehen, dass die Spaltmaße nicht perfekt waren und das wurde hier wirklich überarbeitet, denn alle Bilder seht ihr jetzt hier direkt aus München und auch die Fingerabdrücke sind weiterhin auf dem Auto. Da konnte Tesla noch nichts machen, außer Glasreiniger parat stellen. Wie bei allen aktuell neu ausgelieferten Cybertrucks hat auch der hier leider nicht mehr die schönen Radzieherblenden, die haben mir sehr gut gefallen, haben das Rad nochmal größer gezogen, die sind aktuell aufgrund eines technischen Problems nicht verfügbar. Dafür gab es im Innenraum das modifizierte Gaspedal, denn Tesla hatte hier technische Probleme und hat das mit einer Niete gefixt. Mir persönlich gefällt ja das Display im Cybertruck sehr gut, es ist das Größte, was Tesla aktuell zu bieten hat, ist Tesla typisch sehr schnell und hat viele kleine Spielereien. Darüber hinaus war ich aber fast negativ erschrocken von der Innenraumqualität, denn auch wenn das Fahrzeug hier ebenfalls eine Foundation Series ist, also eins der ersten Modelle, laut Tesla zumindest, wie wir es euch auch in den USA zeigen konnten, war diese weiße Fläche nicht perfekt verarbeitet und man hat an vielen Stellen Erhebungen gesehen. Das war nicht gut gespannt und hatte mich gewundert, denn in den USA bei dem Cybertruck war das deutlich besser, sowohl vorne als auch hinten. Und auch für dieses Video gilt natürlich, abonniert gern kostenlos den Kanal unterhalb des Videos, kostet euch nichts, hilft uns aber extrem in der Arbeit hier, um euch solche Videos und voll verrückte Fahrzeuge vorstellen zu können. Keinen Unterschied hat dann aber die Strahlkraft gemacht, denn dieses Auto zieht die Blicke auf sich und das nicht nur in den USA damals, als so viele Leute gerannt kamen, Fotos gemacht haben, Selfies machen wollten, wie noch nie zuvor. Nein, auch in München, das Auto hat für Begeisterung gesorgt und das war wirklich beachtlich. Und einfach weil ich den Trip in die USA gemeinsam mit den New Aero gemacht habe, hier nochmal die kurze Erwähnung, schaut gerne mal unterhalb des Videos vorbei, spart 10% auf die meiner Meinung nach mit Abstand coolsten Felgen, die es für Tesla gibt. Und wie versprochen gibt es dann noch einen ausführlichen Eindruck von jemandem, der nahezu tagtäglich ein Cyberbeast bewegt. Also die nochmal potentere 3-Motor-Antriebsvariante des Cybertrucks, nämlich Kyle Connor vom YouTube-Kanal OutOfSpec. Er hat privat einen Cybertruck und ich dachte mir, ich frage ihn einfach mal, wie er das Fahrzeug jetzt, nach der Zeit, wo er ihn fährt, so findet. Und auf einmal kann Kyle Deutsch. Hallo Zuschauer, hier ist Kyle von OutOfSpec und ja, ich fahre einen Cybertruck und ich fahre einen Cybertruck seit ein paar Monaten. Es ist wirklich lustig, ich bin gerade in Deutschland und mache ein anderes Video, also keine Cybertrucks, die du hier auf den Straßen fahren kannst, soweit ich weiß. Jedenfalls mit einem Cybertruck im Alltag zu leben, zumindest in Amerika, war anfangs wirklich interessant. Wir hatten das Glück, einen der ersten Trucks zu bekommen, ich habe eine 3-Motor-Cyberbeast-Version und... Als wir den Truck zum ersten Mal hatten, war es schwer, irgendwo hinzufahren. Die Leute haben uns umzingelt. Du müsstest eine zusätzliche Stunde oder zwei Stunden zu einer Autoreise hinzufügen, nicht wegen eines Elektroautos und langsamen Ladens und hohem Verbrauch, aber weil Leute mit dir an den Ladestationen reden würden. Du hast also immer bis zu 80, 90, 95 Prozent an den Ladestationen geladen, weil du nie alleine gelassen wurdest. Und es hat echt Spaß gemacht, alle zu sehen. Jetzt in den USA werden sie ziemlich häufig, besonders wenn du in Kalifornien lebst, siehst du täglich ein paar. In anderen Teilen des Landes ist es noch ziemlich aufregend und neu und interessant, aber das wird nachlassen. Schnell. Und das passiert bereits. Und jetzt wird es mehr zu einem normalen, ich würde nicht sagen normalen, aber es wird zu einem ziemlich gewöhnlichen Anblick. Und ich denke, jeder, der in den USA eine sehen wollte, hat eine gesehen. Und so kann ich jetzt einfach den Cybertruck genießen, so wie er ist. Und erstens, der Antrieb ist unglaublich. Es hat viel Power. Wir haben eine vordere Differenzialsperre als Update. Damit können wir Offroad fahren, was großartig ist. Ich wünschte, das Fahrzeug wäre am ersten Tag komplett gewesen. Es gab viele Software-Updates, auf die wir noch warteten. Das Fahrzeug hat immer noch keinen Autopiloten, also musst du es manuell fahren. Was ich verrückt finde, dass Teslas Flaggschiff-Fahrzeug nicht einmal einen grundlegenden Autopiloten hat, geschweige denn die FSD-Beta oder etwas ähnliches. Also das ist etwas nervig, aber die Leistung in der Trimotor-Version ist unglaublich. Es ist wirklich schnell. Die Steer-by-Wire ist das unglaublichste Teil des Trucks. Es fühlt sich so wendig an durch die Hinterachslenkung, aber auch wie wenig Lenkbewegung du eingeben musst. Ich habe auch einen Rivian R&T, den ich die letzten zwei Jahre täglich gefahren habe und der Cybertruck fühlt sich viel wendiger und interessanter an als der Rivian. Ich meine, ich liebe den Rivian und ich denke immer noch, dass der Rivian meine Wahl gegenüber dem Cybertruck ist. Es ist ein hochwertigeres Paket, fühlt sich einfach durchdachter an. Es ist auch etwas kleiner. Definitiv besser. Der Cybertruck lässt sich nicht gut fahren. Es ist okay, aber es gibt viel Stabilitätskontrolle und es ist einfach, weißt du, typisch Tesla, lässt dich keinen Spaß haben. Obwohl ich denke, dass sie daran mit mehr Software-Updates arbeiten. Aber was ihr über den LKW wissen wollt, ist, dass die Bauqualität für die ersten 5000 Meilen oder so vielleicht 8000 Kilometer wirklich gut war und dann ging es sehr schnell bergab. Ich habe Knarzer- und Klappergeräusche, der Fahrersitz wackelt, es gibt Geräusche. Der Scheibenwischer ist abgeflogen, aber das Metall sieht super aus. Mein Kollege Colton, der unseren Detailing-Kanal leitet, hat es nach wirklich 20.000 Kilometern Missbrauch jetzt gereinigt. Und das Metall sah wieder wie neu aus. Es sah schrecklich aus. Überall angelaufen und kleine Rostflecken. All das ist weg und es kam frisch zurück. Es war wirklich spannend zu sehen, wie schön es mit einer einfachen Wäsche und etwas Metallbehandlung wiederhergestellt werden kann. Er zeigt auf dem Out-of-Spec-Detailing-Kanal, was er gemacht hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er gemacht hat. Die Soundanlage ist der Hammer. Eines der besten Dinge, die ich je gemacht habe. Audiosysteme, die ich je in einem Auto gehört habe. Wirklich, es ist wirklich nächste Stufe. Es hat diese große Klanglandschaft. Klingt, als wärst du in einem Konzertsaal. Es hat die ganze Power der Welt. Die Subwoofer werden die Fenster des Autos neben dir sprengen. Es ist verrückt. Und es ist einfach ein wirklich, wirklich gutes Audiopaket. Und es ist interessant. Das ist cool. Ich denke, wir brauchen mehr lustige, schräge und interessante Autos auf der Straße. Das heißt nicht, dass der Cybertruck perfekt ist und ich absolut alles daran liebe. Das glaube ich nicht. Ich kann nicht fassen, dass Tesla ein halbfertiges Produkt für mehr Geld ausgeliefert hat, weil sie dich zwingen, die Foundation-Serie zu kaufen und zahlen, ohne dass du Nutzen davon hast. Ich habe keine Lichtleiste, keinen Autopilot und bis vor kurzem kein Differenzial. Die Liste geht immer weiter. Aber es war wirklich eine interessante Erfahrung als Besitzer. Ich habe es bis jetzt geliebt, damit zu fahren und wir haben es noch mindestens neun Monate, bis Tesla uns erlaubt, es zu verkaufen. Sie werden uns nicht erlauben, es vor einem Jahr zu verkaufen, was ich wirklich nicht weiß, wie sie das durchsetzen können. Ich denke, sie sind es wohl nicht, weil sie auf dem Gebrauchtmarkt auftauchen und das auch für viel Geld. Also, ich hoffe, ihr fandet das ein bisschen nützlich. Es ist ein interessantes Fahrzeug. Es ist ziemlich teuer. Es ist ein Statement-Piece. Es ist mehr ein Gesprächsthema. Wir nennen es im Moment die Tech-Bro-Art von Auto. Aber ich würde gerne sehen, dass sie für echte Arbeit und nützliche Zwecke eingesetzt werden. Ich stelle mir vor, wenn die Preise fallen, der Gebrauchtwagenmarkt einbricht, werden diese Dinge an Wert verlieren. Dann werden wir sehen, wie die Leute nützlichere Dinge damit machen. Danke, dass du meinen Beitrag angesehen hast. So ist es, den Cybertruck zu besitzen und damit zu leben. Back to Jonas. Das war also mein zweiter Ersteindruck des Tesla Cybertruck. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir ihn so schnell hier auf europäischem Boden sehen würden. Jetzt ist nur noch die Frage, wann können wir ihn fahren? Wir haben das ja in einem Extra-Video, in dem Q&A-Video damals so ein bisschen diskutiert und waren auch auf eure Rückmeldungen dazu gespannt. Jetzt haben wir schon welche gesehen, die importiert wurden und auf mobile für eine halbe Million Euro angeboten wurden. Und wir haben auch schon gesehen, wie das Fahrzeug beispielsweise von Privatpersonen so zum Test integriert wurde und hier nach Deutschland geholt wurde. Ich bin mega gespannt, wann es dann soweit sein wird, dass Tesla selbst das Fahrzeug hier anbietet. Ich sage mal so viel, wir haben schon eine Bestellung. Schauen wir mal, ob wir die irgendwann ziehen können. Denn spannend wäre es schon, das Auto ist ja brutal riesig. Wir können das damals in den USA schon sehen, so ein bisschen im Verhältnis. Aber auf einer deutschen Straße wäre das halt schon nochmal was anderes. Die Leute stehen hier Schlange, um das Auto zu sehen. Wie gesagt, ihr könnt hier noch vorbeikommen oder nächste Woche in Österreich. Ich würde mich mega freuen, euch zu sehen. Wir reden da noch so ein bisschen auch mit Uli über das Design, über die ganzen Eindrücke hier zum Fahrzeug. Viele Dinge, die man gar nicht so in einem Video packen kann, die auch sehr subjektiv während so eines Tests sind. Und ich finde es mega cool, dass Tesla den Schritt gegangen ist und hier das Fahrzeug hergebracht hat. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ansonsten sehe ich hier oben natürlich unseren ausführlichen ersten Eindruck des Tesla Cybertruck in den USA. Und hier unten gibt es den noch etwas ausführlicheren Fahreindruck.